Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Pasta Finocchio a Feta. Die Pasta Finocchio a Feta, eigentlich Nudeln mit Fenchel und Feta, wird auch als Schwulenpasta bezeichnet. Das leitet sich daher ab, weil der italienische Begriff für Fenchel-Finocchio umgangssprachlich auch als Bezeichnung für Schwuler benutzt wird. Dennoch handelt es sich bei der Schwulenpasta nicht um ein Rezept italienischer Tradition, sondern um eine in deutschen Großstädten des späten 20. Jahrhunderts entstandene Pasta-Variaton, die neben typisch italienischen Zutaten auch griechischen Feta-Käse enthält. Folgend wird ein Rezept für vier Portionen vorgestellt. Für vier Personen-Portionen werden folgende Zutaten benötigt. Basiszutaten 500 Gramm Pasta 2 bis 4 Fenchelknollen Je nach Größe 350 Gramm Tomaten Zucchini Zwiebel 150 Milliliter Sahne 150 Gramm Feta 2 Knoblauchzehen Etwas Olivenöl Kräuter und Gewürze Thymian Rosmarin Oregano Frisches Basilikum 1 bis 2 rote Chilischoten Je nach Schärfe Frisch gemahlener Pfeffer Salz Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Pfanne, Sieb, Messer, Schneidebrett Zubereitung Zubereitung Zunächst die klein geschnittene Zwiebel in der Pfanne bei mittlerer bis starker Hitze etwa 1 bis 2 Minuten anbraten. Die in Scheiben geschnittene Zucchini und darauf folgend den ebenfalls klein geschnittenen Fenchel zu der Zwiebel in die Pfanne geben und mit der Zwiebel in der Pfanne etwa 2 bis 3 weitere Minuten anbraten. Anschließend die zuvor natürlich zu schneidenden Tomaten dazugeben und gelegentlich etwas schwenken oder rühren. Thymian, Rosmarin und Oregano nach Geschmack beigeben und das Gemüse gut 5 weitere Minuten in der Pfanne garen. Nachdem die gut 5 Minuten vergangen sind, Sahne und Feta in Würfel geschnitten sowie anschließend Chili geschnitten und Knoblauch geschnitten beigeben. Die Soße etwa eine weitere Minute köcheln lassen und unterrühren salzen und pfeffern. Kurz vor dem Servieren das Basilikum beigeben. Diese Varianten gibt es. Gorgonzola statt Feta verwenden. Brokkoli statt Zucchini verwenden. Den Brokkoli nicht, sondern kurz nach dem Fenchel in die Pfanne geben. Die Soße kann auch mit Creme Fresh verfeinert werden. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!